Hier ist die Jahressiegerauslösung des Pinscher Schnauze-Clubs, das ist die ranghöchste Zuchtschau, die dieser Verein alljährlich einmal veranstaltet. Hier werden alle Rassen, die der Pinscher Schnauze-Club betreut, in den verschiedenen Altersstufen vorgestellt und entsprechend dem Straßenstandard bewertet. Die Veranstaltung nähert sich jetzt dem Ende. Wir werden jetzt in diesem Ehrenring die besten Rassenvertreter hier gesondert herausstellen. Das sind über 260 Meldungen. Die häufigsten ausgestellten Rassen sind die Zwergrassen und die Schnauze. Dann folgt als nächstgrößte Klasse die Riesenschnauze und dann die Deutschen und die Zwergpinscher. Wir haben heute Morgen um halb acht geöffnet. Dann konnten die Leute ihre Meldungen abholen. Ab zehn wurde das Richten begonnen. Es sind sechs Zuchtsrichter im Einsatz, die aus ganz Deutschland ganz verstreut hier ihre Einladung erhalten haben, hierfür zu richten.